Leute, das ist einfach zu wenig. Ich würde mich jetzt am liebsten einfach nur auf die Couch legen und irgendwie schlafen. Kann es sein, dass man davon stirbt? Endlich mal ein bisschen was anderes als nur dieser Smoothie. Wir sind einfach so ein Stück davor, diese Scheiße abzubrechen, weil wir so Hunger haben. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mit einer guten Freundin von mir und zwar Lucy. Wir hatten eine richtig coole Idee. Ja und zwar machen wir eine Smoothie-Diät. Die Waage haben wir jetzt bereitgelegt und ja, Lucy steigt auf die Waage. Und zwar wiegt Lucy 65 Kilo. Es wird Zeit abzunehmen. So, jetzt schauen wir mal bei mir. 60 Kilo. Ich wiege 60,25 Kilo und dann werden wir am Ende der Woche schauen, wie viel wir dann wiegen. Ich bin total gespannt und ab morgen beginnt es, morgen früh, werden wir... Oh nein, Lucy. Eigentlich, wenn man so eine Saftkur macht, soll man sich eigentlich schon die vorherigen Tage, bevor man mit diesen Säften anfängt, eigentlich darauf vorbereiten und kein Junkfood oder so mehr essen. Wir lassen das jetzt einfach mal raus, weil wir haben irgendwie keine Lust jetzt schon darauf zu verzichten. Und die sieben Tage werden schon schlimm genug werden. Ich bin sehr gespannt und dann werden wir immer ein Update machen. Wir sehen uns eh jeden Tag, weil Lucy auch reitet im Stall und so. Guten Morgen, Leute. Der erste Tag ist angebrochen und ich habe mich gerade für einen Smoothie entschieden. Und zwar der hier, Triple Yellow. Auf jeden Fall ist da Maracuja, Mango, Banane, Apfel, Orange drin. Ich finde, das ist so ein richtiger Frühstücks-Smoothie. Wir dürfen ja fünfmal am Tag jeweils 250 Milliliter. Und da es jetzt schon so spät ist und ich die ganze Zeit noch im Bett lag und Video geschnitten habe und so, dachte ich mir, dass ich jetzt einfach 500 Milliliter davon trinken werde. Und dann habe ich direkt zwei Mahlzeiten in einem. Und dann mache ich mittags weiter dann wieder mit 250 Milliliter. Ach, so. Oh, muss man das schütteln vorher? Wahrscheinlich. Ich habe mir gestern Abend einfach nochmal richtig Chips und Schokolade reingedrückt. Ich glaube, das war nicht so die allerbeste Entscheidung, aber ich hatte einfach so Heißhunger da drauf. Und dann dachte ich mir so, ich kann eine ganze Woche lang nichts mehr essen. So, oh mein Gott, das ist ja richtig viel. So viel kann ich, glaube ich, gar nicht trinken auf einmal. Ja, mit wem redest du? Mit der Kamera und hilf mir mal kurz. Wir fangen erst mal an mit 250. Also Leute, ihr seht es hier. Es sollen anscheinend 250 sein. Füll ab. Ja, das sind genau 250. Hallo, du nimmst mir was von meiner Maisheit weg. Mh, köstlich. Aber keine Ahnung, ob ich davon satt werde. Nee, ich glaube nicht. Mein Smoothie habe ich jetzt aufgetrunken und mein Video habe ich auch geschnitten. Tom schneidet gerade auch ein Video und macht gerade die Toneffekte. Ah, herrlich. Warte, ich mache ihm noch ein Foto von dir. Oh, ist das cool geworden. Wow, und noch eins. Lächeln. Ah, sehr schön. Okay, und jetzt muss ich noch irgendwas aufschreiben. Das ist so schlecht. Okay, Leute, reicht. Wir sehen uns im Stall wieder. Wir sind jetzt im Stall, Lucy. Wie war dein Morgen? Schrecklich. Nein, aber jetzt auch ohne Spaß. Also Frühstück ist immer so das, was ich am meisten liebe. Auch wenn man so in Urlaub fährt und dann irgendwie immer so richtig geil gemütlich frühstückt. Und so richtig viel. Und dann kommt man so nach oben und denkt sich so, nice, ich kann jetzt meinen Smoothie trinken. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch richtig Hunger. Ich habe bisher nur diese 250 Milliliter getrunken. Leute, das ist einfach zu wenig. Ich weiß gar nicht, was wir uns dabei dachten. Jetzt haben wir hier unsere grünen Smoothies mitgenommen, weil wir dachten, das passt irgendwie ganz gut zum Mittag. Nice. Ein bisschen Grünkohl. Das ist halt auf Ernst Grünkohl drin. Naja, mal sehen, wie das schmeckt. Ich habe das noch nie probiert. Die Flasche ist einfach grün verfärbt und das Zeug ist braun. Excuse me. Es sieht halt einfach komisch aus. Ganz schlimm aus. Also heute Morgen, wie gesagt, es war einfach schlimm mit diesem einen Smoothie. Aber an sich, der Smoothie an sich ist ja geil. Also das fand ich schon nice, morgens so einen Smoothie zu trinken. Nur ich merke einfach langsam, wie viel Hunger ich habe. Vor allen Dingen, wenn man sich dann irgendwie noch so sportlich aktiviert. Also wenn man irgendwie im Stall ist. Und dann hat man natürlich extrem Hunger. Und das ist natürlich dann richtig fies. Und wir fragen uns gerade schon, ob wir die sieben Tage überhaupt durchhalten können. Ganz zornot. So nach vier Stunden. Leute, bis gestern Abend, 0 Uhr, habe ich wirklich noch Chips und Schokolade, alles gefroßen. Prost. Prost. Der schmeckt nice. Der ist irgendwie scharf. Welchen hattest du heute Morgen? Ich hatte diesen Brombeer. Der ist geil. Ich hatte diesen mit Orangen. Weißt du, dieser ganz orange. Der ganz helle. Okay. Das Ding ist halt auch, wenn wir das machen würden, um abzunehmen, dann hätte man so ein Ziel. Und dann würde man so sagen, ja gut, irgendwie, ich habe jetzt die letzten, keine Ahnung, fünf Monate zu viel gegessen. Und deswegen machen wir jetzt einfach mal so abnehmen. Aber wir wollen unseren Körper entschlacken und reinigen. Genau. Daran erinnern wir uns. Oh Gott. Mal sehen, wie die nächsten Tage werden. Wir machen jetzt erstmal weiter. Ich habe ja jetzt noch drei Smoothies für heute. Ich habe nur noch zwei. Und es ist gerade mal 12 Uhr. Gar kein Bock. Leute, schlimmer geht es einfach nicht. Also wir machen hier gerade dieses Paddock. Und Patrick hat einfach so Berliner mitgebracht. Leute, wie lecker sieht das aus. Die sind einfach warm und lecker. Und ja, ich muss mir jetzt erstmal noch einen Smoothie holen. Weil ich habe jetzt auch so Hunger. Und ich fühle mich schon richtig schlapp, muss ich sagen. Nach einem Tag. Nach einem Tag. Nach einem halben Tag. Also es ist einfach wirklich schlimm. Und jetzt weiß ich auch, damit habe ich schon den dritten Smoothie für heute getrunken. Und dann muss ich noch bis abends mit zwei weiteren Smoothies auskommen. Das sieht halt aus wie so eine Grütze, die wir hier gerade eben abgesprüht haben. Riecht und schmeckt eigentlich ein bisschen besser, glaube ich. Die Ponys kriegen hier jetzt einen erweiterten Auslauf. Aber mehr dazu auf meinem anderen Kanal. Es ist jetzt 17.37 Uhr. Ich bin jetzt gerade aus dem Stall zurück. Und Leute, ich habe wirklich das Gefühl, ich habe keine Energie mehr. Ich würde mich jetzt am liebsten einfach nur auf die Couch legen und irgendwie schlafen. Weil ich einfach so kraftlos irgendwie bin. Ich weiß auch nicht. Weil wir da die ganze Zeit halt gearbeitet haben und so. Und dann war ich irgendwie auch viel langsamer. Als hätte ich es irgendwie, glaube ich, gemacht, hätte ich mehr Energie gehabt. Deshalb dachte ich mir so, ich muss jetzt einfach noch einen Smoothie trinken. Weil ich habe auch so dermaßen Hunger, obwohl ich ja erst vor einer Stunde oder so den letzten Smoothie getrunken habe. Dafür habe ich mich jetzt aber für eine andere Sorte entschieden. Und zwar Triple Purple. Und da ist jetzt Brombeere, Himbeere, Heidelbeere. Also diese ganzen Beeren drin. Genau. Und jetzt fülle ich mir das mal ein und dann trinke ich das. Und ja, zum Glück mache ich heute nur entspannte Sachen. Also ich schneide eigentlich nur noch mein Video auf der Couch. Und ich glaube, zu mehr bin ich heute auch ehrlich gesagt nicht mehr in der Lage. Ich müsste hier eigentlich noch aufräumen. Aber ich weiß nicht, ob ich das heute noch schaffe. Also ich werde mir jetzt lecker, lecker was kochen. Wir haben nämlich noch ein HelloFresh-Gericht, Heidelbeere. Ich zeige es dir ganz kurz. Oh. Mh. Mh. Sieht halt ehrlich lecker aus. Und das Ding ist, ich denke halt die ganze Zeit, ach, was könnte ich gleich mit Tom essen? Und dann fällt mir so ein Smoothie-Diät. Die sind aber richtig lecker. Es soll aber gar keine Diät sein. Nennen wir es lieber Saftkur. Also ich weiß nicht, wie man sowas jetzt dann noch sechs weitere Tage aushalten soll. Kann es sein, dass man davon stirbt? Jetzt mal ohne Wissen. Nein, Mann. Ich verratze mich halt wirklich. Nein, Mann. Es wird noch eine richtig mega Zeit. Ich glaube, ich war jetzt sieben Stunden im Stall, weil ja Arbeitsdienst war. Und danach bin ich noch ausgeritten. Und ja, es dauert einfach mal Ewigkeiten. Auf jeden Fall war das Letzte, was ich getrunken habe, dieser Smoothie, halt um Viertel vor eins. Und jetzt ist es 20 nach sechs. Ich habe richtig, richtig Hunger und werde mir jetzt diesen pinken Smoothie gönnen, von dem ich definitiv nicht satt werden werde. Ich bin gespannt, wie der schmeckt. Das frage ich mich einfach schon die ganze Zeit, weil der sieht, Leute, der ist einfach wirklich pink. So pink, pink, pink. Und die fünfte Portion Smoothie werde ich mir für heute Abend aufbewahren, bevor ich schlafen gehe, weil ich einfach richtig, richtig schlecht nur einschlafen kann, wenn ich einen leeren Magen habe. Kleines Zwischenparzit. Der ist absolut nice. Also ich finde ihn richtig lecker und ich bin froh, dass ich ihn jetzt getrunken habe, weil es ist eine Gönnung. Guten Mittag und willkommen zu Tag zwei von diesem super tollen Experiment mit den Smoothies. Ich muss sagen, ich habe gar nicht mehr dieses richtig krasse Hungergefühl. Das hat sich irgendwie abgestellt bei mir. Aber ich denke schon ziemlich oft so ans Essen und was ich gleich essen könnte. Und dann fällt mir auf, ach ja, ich kann ja nur die Smoothies trinken. Naja, ich habe schon zwei Smoothies heute getrunken. Das ist jetzt gerade auch erst 14.30 Uhr. Also ja, habe ich noch drei Smoothies vor mir, wobei ich sagen muss, dass ich gestern Abend einfach eingeschlafen bin, weil ich fix und fertig war. Und dann habe ich den letzten Smoothie einfach gar nicht mehr getrunken. Ich wollte mir den nämlich aufbewahren für abends, bevor ich schlafen gehe, weil ich dachte, das wäre eigentlich eine mega gute Idee. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als mit hungrigen Magen schlafen zu gehen. Und ja, dann bin ich einfach so eingeschlafen beim Videoschneiden. Jetzt zum Mittag habe ich mir zwei Smoothies mitgebracht. Ich habe mir jetzt diesen Smoothie noch mitgenommen. Und dann noch diesen pinken, den habe ich heute Morgen schon getrunken. Und den grünen, davon habe ich auch schon eingetrunken. Genau, und jetzt sind wir nämlich ein paar Stunden unterwegs mit den Pferden. Und dann dachte ich, bevor ich richtig Hunger kriege, nehme ich mir mal lieber die Smoothies mit. Was ich jetzt vergessen habe und was, glaube ich, echt ein bisschen blöd ist, ist, dass ich kein Wasser mitgenommen habe. Weil ich glaube, Wasser ist auch sehr, sehr wichtig in dieser Diät, weil man trinkt halt was. Aber eigentlich soll das ja die Nahrung ersetzen. Und das ist irgendwie so ein bisschen doof. Jetzt hole ich die Pferde mal von der Weide und dann gebe ich später wieder noch ein Update. Ja, aber momentan jetzt gerade geht es mir ganz gut. Ich habe die Pferde jetzt von der Weide reingeholt. Wir haben die auch schon fertig gemacht. Und sind jetzt mit dem Hangout unterwegs, weil wir zum Training fahren. Aber Lucy ist jetzt an meiner Seite und sie kann ja mal sagen, wie es ihr am zweiten Tag ergeht. Mir geht es deutlich besser als gestern. Also gestern Mittag weiß ich, dass ich absoluten Hunger hatte. So eine Stunde, nachdem ich diesen Smoothie getrunken habe. Und jetzt geht es echt gut. Bei mir auch. Also wirklich. Heute ist es echt viel besser irgendwie. Es fällt einem leichter, nichts zu essen. Ja, aber ich habe jetzt schon... Wie viele Smoothies habe ich getrunken? Ich habe jetzt schon drei, glaube ich. Das Glas ist noch sauber. Ich habe doch erst zwei getrunken. Wie viele hast du? Ich habe drei. Also heute Morgen habe ich zwei getrunken, damit ich irgendwie in den Tag starten kann. Malte kann das auch mal vergessen. Wie ist das, der Freund zu sein von jemandem, der eine Smoothie-Diät macht? Ich habe tatsächlich gedacht, sehr viel schlecht gelaunter. Aber zurzeit geht es noch mit der Michaelaune. Ich kann mich noch beherrschen. Tschuld. Ich muss Tom später auch nochmal fragen, wie es so für ihn ist. Wirklich so hungermäßig. Ich glaube, wir gewöhnen uns da jetzt einfach dran über die Tage. Aber was richtig schlimm ist, Malte meinte vorhin schon wieder auch zu mir so, ja, lass mal heute Abend fett essen gehen. Und ich bin so, ja, blöd. Und dann dachten wir uns so, machen wir heute, weil das Wetter so gut ist, vielleicht noch eine Radtour und dann picknicken wir irgendwie. Und ich bin so, ja, ich kann nichts essen. Oh Mann, das ist echt so bitter. Auch als gestern Tom Essen gemacht hat, bin ich extra oben geblieben schon, wo ich dann auch eingeschlafen bin. Aber ich dachte mir einfach so, es kann wirklich nicht wahr sein. Wow, Leute, Smoothie-Diät läuft richtig super. Oh, dann nennen wir es eher Saftkur. Aber Leute, die anderen haben sich hier richtig köstliches Essen gemacht. Und ich sitze hier mit diesem Saft. Also heute ist wirklich der Tag, wo ich denke, ich muss abbrechen. Ich habe gerade schon Lucy geschrieben, wollen wir es wirklich noch weitermachen oder? Ja, lassen wir es einfach heute. Ich trinke jetzt meinen Saft und dann bin ich mal gespannt, ob ich auch davon satt werde. Es ist der zweite Abend unseres Experiments und ich komme wieder aus dem Stall, nichts Neues. Heute sind wir aber gesprungen und ich muss sagen, dass ich einfach so einen leeren Magen hatte und gar keine Kraft, um irgendwas zu machen. Davor den ganzen Tag ging es ja klar, aber beim Reiten habe ich da wirklich gemerkt, dass mir so diese Energie fehlt, um Sport zu machen einfach und mich so zusätzlich zu bewegen. Und jetzt bin ich aber zu Hause und habe richtig doll Hunger. Also so in der letzten halben Stunde habe ich richtig dollen Hunger bekommen und habe jetzt auch schon wieder den nächsten Smoothie parat. Heute Triple Purple und da freue ich mich jetzt richtig drauf. Und dann werde ich duschen. Auch dafür hat die Kraft nicht mehr gereicht, einfach zu duschen, bevor ich esse. Und dann werde ich einfach mein Leben chillen und wieder so wie gestern. Das hat übrigens gut geklappt mit meinem Smoothie vorm Einschlafen. Ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen und ich habe eine mega, mega mäßige Idee gehabt. Und zwar werde ich morgen nicht nur ein Smoothie, sondern ein Smoothie Eis mir machen. Ich finde die Idee so nice und wir haben hier nämlich diese Teile. Hier hat Tom letztens mitgebracht, als er bei Ikea war. Und Leute, ich möchte da unbedingt diesen Saft jetzt reinfüllen und dann morgen einfach mal was anderes außer diesen Smoothie trinken und zwar Eis essen. Und ich glaube, das könnte richtig, richtig gut werden. Dann werde ich später noch hier meinen letzten Smoothie für heute trinken. Und dann gehe ich hier ins Bett und dann hoffe ich mal, dass es morgen dann nicht so langweilig ist. Weil ich muss sagen, so langsam ist es echt ein bisschen kraftezehrend. Und ich möchte echt langsam auch mal wieder was anderes essen. Vielleicht nehme ich dann morgen andere Sorten als Triple Yellow, damit sich das dann einfach ein bisschen abhebt von dem Eis. Ich bin gespannt. Und wenn das gut klappt, dann mache ich das die anderen Tage auch noch weiterhin. Geschüttelt habe ich. Und jetzt fülle ich das hier mal rein. Ich glaube, das wird so ein richtig leckeres Capri-Eis. Ich bin so gespannt und zeige euch natürlich morgen, wie das Eis dann aussieht. Tag 3. Ich war gerade im Stall, weil ich da einen Termin hatte. Und jetzt bin ich gerade nach Hause gefahren und ich habe so Hunger, weil ich heute bisher nur einen Smoothie getrunken habe. Und jetzt ist es schon, ich glaube, fast 14 Uhr. Deshalb schaue ich jetzt mal nach dem Eis, was ich gestern Abend noch gemacht habe. Ich nehme jetzt hier einfach mal das hier. Ich habe übrigens diese Folie da drum gemacht, weil ich irgendwie Angst hatte, dass es ausläuft. So sieht das Ganze von innen aus. Ich habe gerade schon abgebissen und das schmeckt richtig gut. Ich bin gerade so froh, dass ich das gestern Abend eingefroren habe. Endlich mal ein bisschen was anderes als nur dieser Smoothie. Das schmeckt richtig gut und vor allen Dingen bei diesen warmen Temperaturen. Es gibt doch nichts Besseres als dann so ein köstliches Eis. Ich habe mir jetzt ins Büro noch ein Eis mitgebracht, was einfach schon halb geschmolzen ist. Das andere habe ich ja schon zu Hause gegessen. Ich will es auch mal probieren. Es schmeckt so gut. Es schmeckt halt wie so Capri-Eis. Okay. Es war echt die beste Idee. Schon geil. Dass das jetzt mal einen Smoothie ersetzt, ist halt ehrlich gut, weil ich kann halt wirklich nicht drei Tage in Folge die ganze Zeit nur diese Smoothies essen. Hi Leute, wir melden uns abends wieder. Lucy sitzt gerade auch neben mir. Ihr denkt auch, unser Hobby ist irgendwie mit dem Auto zu fahren wahrscheinlich. Wir waren wieder mit den Pferden unterwegs. Ich trinke jetzt noch mal einen restlichen Smoothie aus und wir dachten gerade beide so, jetzt wäre es an der Zeit zum Burger King zu warten. Nach so einem langen Tag mit den Pferden. Man macht irgendwie so viel Sport. Also noch nicht mal unbedingt Sport, aber weißt du, man ist die ganze Zeit draußen. Man läuft halt die ganze Zeit hin und her und man hat halt einfach so krass Hunger. Wenn ich nach Hause komme, dann habe ich noch zum Glück einen Smoothie und dann geht es wieder ins Bett und morgen geht es weiter. Und Leute, ich habe einfach Angst. Ich kann mich nicht mehr motivieren mit diesen Smoothies, sie weiter zu trinken, aber ich werde mir noch ein Eis machen und dann werde ich das auf jeden Fall morgen noch essen. Okay Leute, also ich liege hier so verkrüppelt, weil ich auf meinem Bett liege und einfach nichts habe, wo ich die Kamera draufstellen könnte. Ich musste gerade einfach so lachen, weil Hella und ich, wir haben gerade geschrieben und ohne Spaß, Leute, wir sind einfach so ein Stück davor, diese Scheiße abzubrechen, weil wir so Hunger haben. Ich finde, es ist weniger Hunger, weil damit kann man irgendwie leben und da kann man sich so durchbeißen und sich so denken, wir machen das jetzt einfach die Zeit und das klappt dann schon. Es ist nur einfach, ich habe so Bock auf Essen. Also ich hätte so Lust jetzt auf so Fettlasagne oder Pizza und ich habe das Gefühl, es ist eher so diese Lust auf Essen, als dass ich wirklich krassen Hunger habe. Also klar habe ich Hunger, aber wie gesagt, da kann man irgendwie so mit leben. Vor allem, weil ja das ganze Umfeld weiter ist. Also mir hilft es schon, dass Hella das auch mitmacht, weil ich die ganze Zeit so denke, gut, Hella leitet auch, Hella leitet mit dir. Aber alleine hätte ich das niemals gekonnt und auch so ist es halt schon schlimm genug. Ich denke mir so, ich gönne mir meine Smoothies. Okay Leute, es ist jetzt einfach schon der vierte Tag unserer Challenge und ratet mal, worauf ich mich freue, seitdem ich vor einer Viertelstunde den letzten Smoothie getrunken habe und immer noch Hunger habe. Richtig, auf den nächsten Smoothie hat ich Spaß. Ich habe mir ja gestern dieses Eis gemacht. Das ist so geil einfach. Ich habe jetzt da schon gerade was rausgegessen. Zu nice. Ich bin einfach so glücklich, dass ich mir das gemacht habe. Tag vier und ich lebe immer noch. Wow. Unglaublich. Nein, aber jetzt trinke ich meinen dritten Smoothie für heute. Wieder ein grüner. Gerade eben habe ich auch schon so einen grünen getrunken. Was ist da drin? Grünkohl und Spinat. Ja, aber der schmeckt eigentlich echt ganz gut, muss ich sagen. Ich finde die alle lecker. Aber heute Morgen habe ich diesen Mango getrunken und ich habe so Bauchschmerzen bekommen. Ich glaube wegen dieser ganzen Säure oder so. Ja, weil du das auf leeren Magen getrunken hast. Du hast jetzt erstmal ein Glas Wasser trinken sollen oder so. Das sieht irgendwie eklig aus. Da ist halt Ingwer, Grünkohl, Spinat, Banane, Birne, Apfel, Matcha drin. Mir geht es an sich ganz gut. Ich hatte heute Morgen halt diese Bauchschmerzen, aber ja, ich glaube, das legt sich auch wieder. Ich habe halt jetzt mega Hunger und deshalb trinke ich jetzt schon den dritten. Wie soll ich das aushalten bis heute Abend noch mit zwei weiteren Getränken? Am ersten Tag hast du am meisten gejammert. Also seitdem hat sich das Jammern so ein bisschen eingestellt. Aber einem geht es nicht gut. Man hat nie dieses Gefühl, jetzt bin ich ganz satt. Und dann fühlt sich das einfach gut an. Aber fühlt sich dich dann immer noch so müde und träge? Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich fühle mich auch nicht vitalisiert und fit. Hast du dich zwischendurch nochmal auf die Waage gestellt? Wir haben gesagt, wir machen das erst am Ende. Oh. Und ich habe ja jetzt noch zwei Tage vor mir. Nur noch einen. Heute und morgen. Und dann sind wir fertig. Dann habt ihr ja nur fünf Tage gemacht. Ja, wir haben fünf Tage gemacht. Oder wollt ihr, dass wir sterben? Tom, ich habe ganz vergessen, dich zu fragen. Und zwar haben wir nämlich auch Malte gefragt, wie das so ist, als Freund von jemandem, der eine Saftkur macht. Entspannt. Ich habe sonst immer sehr doll fressen, deswegen ist es echt entspannt. Ja, das Einzige, was so ein bisschen stört, ist, dass Hella da natürlich auch nichts kocht. Also, dass ich der Einzige bin, der kochen muss. Genau, aber ansonsten finde ich es jetzt nicht so tragisch. Wie findest du so meine Laune? Ja, am ersten Tag hat es echt genervt. Aber mittlerweile geht es. Ich muss halt jetzt immer so versteckt essen, wenn ich so Nüsse habe. Esse ich die jetzt immer unter dem Tisch. Weil ich das wirklich auslasten könnte. Was isst du da schon wieder? Ist das deine letzte Mahlzeit schon für heute? Nein, ich habe noch eine. Das Ei schmeckt halt so lecker. Ich habe das eben probiert. Ja, er isst mir das auch noch weg, obwohl er normales Essen essen kann. Und ich nur dieses eine Eis habe und die anderen Smoothies. Oh Mann. Für mich gibt es jetzt auch Mittagessen. Das sind auch die Reste vom Grillen gestern. Da war Hella leider nicht dabei. Ich weiß gar nicht, was du hattest. Was machst du? Mir noch ein Eis. Was ist los, Hella? Ich bin so traurig, weil ich liebe Salat. Es ist einfach so unnötig. Was dachten wir uns, so eine scheiß Saftgurke zu machen? Ich fühle mich nicht gereinigt. Du hattest die Idee. Ich fühle mich nicht gereinigt. Dann solltest du vielleicht mal duschen. Das hilft. Witzig. Total witzig. Warum packst du das eigentlich ein, Hella? Da ist schon ein Deckel drauf. Ja, ich habe irgendwie Angst, dass es ausläuft. Ist das schon ausgelaufen? Nee, aber ich mache das jetzt einfach so. Und dann habe ich wieder ein köstliches Eis. Und ich gebe dir heute Abend nichts davon ab. Ich kann mir halt auch einfach selber eins machen. Ich kann so viele essen, wenn es weh. Hier, guck mal, was hier steht, Hella. Das koche ich heute Abend oder irgendwann. Wehe. Wehe, Tom. Bitte warte noch bis Donnerstag. Mal schauen. Da bleibt bestimmt was über. Ich komme gerade aus dem Stall wieder. Und ich muss sagen, ich habe so Lust auf einfach was Warmes. Es geht wirklich gar nicht mehr. Ich habe einfach so Lust auf was Warmes. Ich habe mir schon gedacht, dass ich mir einfach Wasser koche. Und das Warm trinke, was aber gar nicht gut schmecken wird. Aber dann dachte ich mir, wenn ich mir da so ein Löffel Brühe reinmache, dann ist es ja eigentlich genauso wie Wasser. Ja, aber jetzt bin ich mir unsicher, ob ich das machen darf oder nicht. Deshalb rufe ich jetzt einfach mal Lucy eben schnell an. Ich habe das Gefühl, ich kann gar keinen Smoothie mehr trinken, weil die so säurehaltig sind. Deshalb habe ich ja auch nur noch den grünen getrunken und dann noch einmal dieses Eis, bevor ich in den Stall gefahren bin. Weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich dann direkt wieder Bauchschmerzen kriegen werde. Und irgendwie habe ich darauf gar keine Lust. Deshalb rufe ich jetzt mal Lucy an und frage sie mal, was sie davon hält. Hallo. Hallo. Lucy, ich habe eine Frage. Und zwar habe ich einfach so Bock auf irgendwie so was Warmes. Und jetzt dachte ich mir, glaubst du, ich kann mir so heißes Wasser kochen und dann da irgendwie so ein bisschen, so ganz bisschen Brühe reinmachen. Also ich würde eher heißes Wasser machen und da Zitronensaft reinmachen. Ja, vielleicht. Also du kannst halt auch Brühe reinmachen hier. Es ist einfach egal. Ich denke mir halt die ganze Zeit so, ich möchte es eigentlich durchziehen, so diesen einen Tag nur noch. Ja. Aber gleichzeitig denke ich mir so... Es wäre so leicht, jetzt einfach aufzuhören. Aber nein, wir hören auf jeden Fall nicht auf. Und das Problem ist halt, ich glaube, ich kriege wieder Bauchschmerzen, wenn ich jetzt einen anderen außer den Grünen halt trinke. Ja, also ich würde, wenn du Bock auf was Warmes hast, dann würde ich auf jeden Fall was Warmes trinken. Ja, ich glaube das. Und dann fasse ich vielleicht noch so einen Smoothie. Ich habe mir das Wasser jetzt eben gekocht, weil ich glaube, ich kann echt auch nichts mehr mit Zitrone oder so essen, weil ich einfach wirklich durch diese Säure einfach so ein blödes Magengefühl bekommen habe. Ja, und deshalb machen wir jetzt hier für den Geschmack noch so ein bisschen was Salziges rein, aber wirklich nicht viel, nur so ein ganz bisschen so. Ich denke, ich werde es mir jetzt einfach nur noch auf der Couch gemütlich machen, jetzt das hier noch trinken und dann, ja, schneide ich noch mal ein Video zu Ende und dann gehe ich auch schon ins Bett, weil ich glaube, einen weiteren Smoothie kann ich heute nicht mehr trinken. Einen Eis könnte ich vielleicht noch essen, aber ich glaube, ich trinke nur noch das und dann war es das für heute. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Also, ich weiß gar nicht, wie spät es jetzt genau ist, aber ich glaube, so kurz nach neun. Und ich habe mir jetzt gerade mal wieder ein Eis geholt, weil ich jetzt, glaube ich, gleich auch irgendwann schlafen werde. Ich bin einfach so müde. Man muss dazu sagen, also ich bin generell so ein Mensch, ich esse eigentlich so viel und den ganzen Tag und Essen ist so, das macht mich einfach glücklich. Aber nur noch morgen und dann kann ich endlich wieder was essen. Ich habe so Bock auf Pizza und die werde ich mir auch erst mal gönnen. Wir sitzen wieder beisammen. Es ist der fünfte Tag jetzt und wir haben unnormal Hunger und sind innerlich tot. Also, so schlimm ist es nicht. Ich finde, jetzt, die letzten Tage hat sich mein Körper irgendwie dran gewöhnt. Also, ich muss sagen, so als Fazit gesehen war der erste Tag am allerschlimmsten. Der erste Tag war wirklich das allerschlimmste. Also, es war jetzt nicht so, als hätte ich jetzt keinen Hunger gehabt die letzten Tage. Also, das hatte ich ja gedacht, dass es so nach drei Tagen so wird, so gut man hat irgendwie dieses Hungergefühl nicht mehr. War nicht so. Nein, wirklich, man hatte jeden Tag Hunger und das Schlimmste war wirklich, dass man sich von der Menschheit abkapseln muss, um normal leben zu können. Weil das Problem ist, alle anderen treffen sich natürlich zum Essen oder die Familie isst dann zusammen und man selber sitzt dann daneben mit dem Smoothie, hat richtig Hunger und ist irgendwie auch so mehr gereizt als sonst vielleicht. Es war eine Erfahrung wert, muss ich sagen, aber nie wieder. Nein. Ich finde es wirklich gut, dass wir es durchgezogen haben und dass wir es jetzt hinter uns haben und mitsprechen können. Aber im Endeffekt einfach schlimmste nicht mehr. Einfach normal essen. Ja. Normal essen wieder. Aber jetzt haben wir es hinter uns und wir werden jetzt noch bis heute Abend nur die Smoothies trinken und ab heute Abend haben wir uns gesagt, können wir dann wieder was Vernünftiges essen, damit wir einen Tag mal nicht mit hungrigem Magen schlafen gehen müssen. Weil sonst hätten wir halt auch nur bis 0 Uhr gewartet und dann uns für etwas rein zu lassen. Jetzt bin ich ganz gespannt, was die Waage sein wird, wie viel wir abgenommen haben. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Alter! Alter! Also ich habe jetzt 2,25 Kilo oder so abgenommen. Das ist nicht so viel. Und ich glaube, so viel hätte ich jetzt auch abgenommen, wenn ich einfach einen Tag kein Wasser getrunken hätte. Jetzt kommt die nächste Stunde der Wahrheit. Wow! Aber ehrlich, ungefähr genau das Gleiche. Leute, es ist einfach komisch. Was ich trage? Ich muss gar nicht sagen, ich finde es halt heftig gerade. Und es kann wirklich sein, dass wir das jetzt abgenommen haben. Aber vielleicht ist es auch nur unser Mageninhalt, weißt du, der nicht richtig gefüllt ist. Deshalb, man muss schauen. Und vor allen Dingen, das kann man ja nicht lange durchziehen, so eine Saftkur. Also wenn man das als Diät nimmt, das geht gar nicht. Da muss man einfach vernünftig essen oder einfach mal Süßigkeiten weglassen oder so. Ganz ehrlich, wir sehen genau gleich aus. Wir hätten auch einfach dreimal joggen gehen können in der Zeit. Wir hätten genauso viel abgenommen. Halt, ey. Und einmal nur, um das zu sagen, ich bin gerade so außer Atem, weil ich die Treppe hochgelaufen bin. Also wir haben eine lange Treppe so und ich habe ja auch drei fett bepackte Taschen mit hochgeschleppt. Aber Leute, ohne Spaß, jedes Mal, wenn ich mich mehr anstrenge als normal, dann kriege ich direkt so ein... Also ich habe wirklich so das Gefühl, mein Körper muss irgendwo die Kraft herbekommen. Und das ist so ein bisschen so ein Gefühl, wie wenn man zu wenig Wasser trinkt, wenn man so ein bisschen schummrig vor Augen ist. Also nicht wirklich schlimm, aber man fühlt sich einfach nicht so ganz auf der Länge. Leute, ich sitze gerade im Auto und Malte holt gerade die Pizza. Leute, der Moment der Wahrheit. Geil. Ich filme jetzt, wie ich in diese Pizza beiß und sie genieße. Geil. Ich habe mir jetzt einen Rap gemacht. Er ist ein bisschen komisch geworden, wie mit Kraussalat. Es ist so weit, du darfst wieder was essen. Und ich darf endlich wieder was essen. Ich habe so Hunger. Und wo ist eigentlich meins? Jetzt kriege ich nichts mehr zu essen, oder was? Nee, jetzt musst du erst mal Hunger. Oh Mann, ich habe es echt nicht vermisst, dass du nichts essen dürftest. Guten Appetit. Ich habe so Bock. Boah, das tropft richtig. Und? Hast du es vermisst? Genießt du es jetzt mehr, als du es sonst genießt? Ja. Es ist jetzt nicht das allergeilste, es ist jetzt keine Pizza. Wir hatten jetzt auch irgendwie auch keine Paprika oder so mehr da. Deshalb habe ich jetzt einfach Krautsalat, Mais, Thunfisch und Pia Delphia zusammen auf einen Wrap gelegt. Wow. Zwei Wochen sind jetzt um, Lucy. Wie fühlst du dich? Besser. Fühlt sie dich irgendwie entschlackt und irgendwie wohler? Nein, also jetzt habe ich ja sowieso wieder nochmal gegessen. Und ich muss sagen, ich fühle mich wohler als in der Smoothie-Diät. Aber auch nach der Diät oder in der Diät. Also irgendwo, ja, man hat sich schlanker gefühlt, einfach weil man wusste, man isst weniger. Ja, aber irgendwie diese Smoothies haben einen einfach gar nicht gesättigt. Und ich muss als Fazit sagen, ich würde es nicht nochmal machen. Vor allen Dingen, wenn man den Aspekt mit dem Abnehmen macht, da sollte man wirklich die Finger von lassen. Weil das ist ehrlich nicht gut gewesen. Wir haben danach halt so viel wieder gegessen. Also unser Magen war ungefähr so klein, aber wir haben den wirklich nach einer Meistheit so ausgeweitet. Ja, ich meine, eigentlich macht man das halt auch anders so. Aber man hatte einfach so das Verlangen zu essen. Ja. Und irgendwie dachte man sich halt auch jedes Mal, wenn man gegessen hat, gut, ich habe jetzt die letzten fünf Tage so gar nicht gegessen. Ich habe mir gefühlt ein Zehntel von meiner normalen Tagesration gegessen und deswegen kann ich mir jetzt Fett gönnen. Und das ist dann ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja. Und was halt nice war, dass mein Bauch nicht so aufgebläht war. Also sonst habe ich das nach so Gemüse oder so. Ich weiß, ich glaube, es ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Aber auf jeden Fall, da ist mein Bauch auch immer so richtig aufgebläht. Und das hatte ich halt jetzt gar nicht. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen. Uns hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Auch wenn es irgendwie eine Quälerei war für uns gefühlt. Aber ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin gesund bleiben. Tschüss. Tschüss.